Und das passte alles von den Silben und auch von den Reimen, es war alles perfekt, aber die Worte waren zu weich. Und dann muss man auf einmal tatsächlich Worte finden, die mit harten Konsonanten beginnen, mit K, mit T. Du willst was machen, was die Leute verstehen, was jetzt nicht kompletter Nonsens ist, was sich immer noch halbwegs reimt, wo auch die Betonung richtig gesetzt ist. Weil das ist etwas, worauf ich extrem achte. Wenn du zum Beispiel ein Wort hast wie, sagen wir mal, President, dann ist klar, die Betonung ist auf dem Press. Es ist nicht President und es ist nicht Präsident. Die erfolgreichsten Songs, die besten im kommerziellen Sinne gesehen, sind Songs, die ich relativ fertig gemacht habe, nur in meinem Kopf. Zum einen mit dem Filter Zeit, also wenn ich mich nach drei Tagen nicht daran erinnere, dann war es halt nicht so gut. Also ich fixiere inzwischen nicht mehr jede Idee, ich war drei Tage. Wenn ich es dann vergessen habe, dann ist es auch egal. Weil ich ansonsten den ganzen Tag nichts anderes mache. Und das Zweite ist eben mit dem Faktor, es ist einfach eine Melodie da. Etwas, was ich mit einem coolen Text, mit ein paar wenigen Worten, deshalb ist meistens der Refrain als erstes da. Meistens der Refrain mit sehr wenigen Worten, der Rest ist dann irgendeine Fantasiesprache, die nach sowas klingt, als wenn ein dreijähriges Kind Englisch imitiert. Und diese Songs, die so entstanden sind, wo wirklich einfach nur ein starker Refrain da ist, wo die Harmonien dann dem Gesang folgen, das waren die, die am stärksten sind. So entstand zum Beispiel auch der Refrain von Gesegnet und Verflucht, nur mal um jetzt ein Goldbeispiel zu nennen. Das war einfach im Kopf da, auch inklusive Gitarren und wie die Drums sind und Klavier und Streicher. Man muss dann letztendlich nur sich selber zuhören, also dem Radio im Kopf zuhören und das reproduzieren. Das sind tatsächlich unterm Strich, wenn ich jetzt gut im Sinne von kommerziell, verkauft sich gut, ist erfolgreich, hat viele Klickzahlen, wie auch immer, bewerte, sind daraus die besten Ideen entstanden bisher. Und wenn du jetzt zum Beispiel einen Chorus hast und hast dann die Strophen in so einer laut, also quasi so englischartigen Ding, wenn du dann die Strophen schreibst und du dann wirklich den Text dazu schreibst, bleibst du an der Phonetik nah dran, also benutzt du ähnliche Vokale und so, wie läuft das? Wenn es sich gut anfühlt, bleibe ich wirklich so nah dran, wie es geht. Und witzigerweise entstehen dann, das kennst du wahrscheinlich auch, kommen schon manchmal so Worte raus, die irgendwie Sinn ergeben, die auch irgendwie dazu passen. Also die fast schon in eine Richtung gehen wie ein Rapper, der freestylt, wo dann auch schon irgendwie ein Sinn entsteht und teilweise vielleicht einfach nur ein Wort, was sich gut anfühlt in dem Kontext, wo man denkt, das passt zum Thema des Refrains. Und ich versuche aber tatsächlich auch viel bei der Phonetik zu bleiben. Also gerade, ob ich jetzt auf einem O was aussinge oder auf einem I, also weil manchmal so ein I ausgesungen halt einfach total Banane ist. Und da muss man manchmal andere Worte finden und das ist das, was richtig lange dauert. Also der Refrain-Text mag in zwei Minuten da sein und dann sitzt man manchmal zehn Stunden an den Strophen, damit die Sinn ergeben. Und ich habe jetzt gerade gemerkt, auch bei dem Lord of Lost Writing zum Beispiel, da gab es ein Part, wo es in den Strophen, das ist ein normaler Vierviertel und auf einmal geht es wie bei den Rappern, ratatatatatada, ratatatatada, geht so triolisch auf einmal drüber. Und da hat dann unser Gitarrist erstmal einen Text geschrieben, mit dem ich sehr gerne in letzter Zeit texte, weil er einfach tolle Ideen hat. Und hat erstmal was angeboten und das passte alles von den Silben und auch von den Reimen. Es war alles perfekt, aber die Worte waren zu weich. Das waren alles Worte, die begannen mit M und mit Y. Ich glaube, ich habe quasi in meinem Layout echt ratatatatataboo, es klang wie so ein, keine Ahnung, irgendwas aus dem Hip-Hop-Bereich. Und dann muss man auf einmal tatsächlich Worte finden, die mit harten Konsonanten beginnen, mit K, mit T. Und da wird es dann schwierig. Du willst was machen, was die Leute verstehen, was jetzt nicht kompletter Nonsens ist, was sich immer noch halbwegs reimt, wo auch die Betonung richtig gesetzt ist. Weil das ist etwas, worauf ich extrem achte. Wenn du zum Beispiel ein Wort hast wie, sagen wir mal, President, dann ist klar, die Betonung ist auf dem Press. Es ist nicht President und es ist nicht Präsident. Was du machen kannst, ist tatsächlich Präsident. Das würde nicht so auffallen. Was gar nicht geht, ist President. Also es geht immer so, es gibt immer noch so eine Richtung, die man gehen kann und einen, die man gar nicht gehen kann. Und da wird es manchmal dann teilweise echt eng. Und da verstehe ich manchmal so Künstler, die sagen, sie machen einfach Alben in reiner Fantasiesprache. Also ich glaube, irgendwann muss man das einfach auch mal machen, so wie Lisa Gérard oder wie zum Teil auch Korn. Jinder, boorocka, die Gare, boorocka. Ja, also sowas. Ja, also du hast gerade das Thema angesprochen, das ist auch eines meiner Lieblingsthemen, wo der Schwerpunkt des Wortes ist. Also quasi die Prosodie. Ja, genau. Ey, das ist ja eigentlich ein ganz, ganz wichtiges Ding. Also wenn man sich jetzt so anguckt, der Weg, den man als Songwriter zurückgelegt hat, dann ist das sowas, wo ich so merke, als ich so 18 war, habe ich da noch nicht so richtig das geschnallt. Und das kam mir erst so mit so 20, 21. Ja, ja. Man hört dann später rein und denkt so, wo setze ich denn da die Betonung? Ja, genau. So, Fahrrad, Fahrränen. So total irgendwie, also jetzt nicht das, aber so als Beispiel halt. Nicht nur, dass das Wort merkwürdig klingt, aber der ganze Song, man kann schon eigentlich handwerklich sagen, es ist ein Fehler. Also weil alles, was den Hörer in dem Moment rausreißt aus den Filmen, ist nicht gut. Weil ein guter Song, und das meine ich wirklich unabhängig von Genre, weil wir haben alle unsere Lieblingsgenres. Ja, oder auch ein Song, der in jedem Genre funktioniert. Das heißt, ich kann ihn einfach nur mit Klavier und Akustikgitarre einfach spielen. Genau. So. Genau. Und gerade dann, wenn man einen Song so nackt vorspielt, dann ist das ja total entscheidend, dass da kein Moment entsteht von, hä, was war das eben? Oder warum, woher kommt der Zeitsprung? Oder warum betont ihr das jetzt so? Oder warum ist jetzt eine andere Perspektive? Und so, das sind ja diese Klassiker halt. Gerade im Deutschen. Gerade im Deutschen, ja. Wir können auf Deutsch nichts verschleifen mit Baby, wabadabadum. Das ist halt, das geht nicht. Ja. Aber was witzig ist, dass gerade dieses falsche Betonen von Worten, es gibt halt auch Künstler, wo es gar nicht so richtig auffällt. Also ich bin ja ein bekennender Lady Gaga Fan und die macht das relativ viel, dass sie die Betonung da setzt, wo sie eigentlich genau genommen falsch ist und es irgendwie bei ihr gar nicht so auffällt, weil sie auch so eine merkwürdige, breite Art hat, auch Vokale sowieso zu setzen und viel auch mit so Fantasiesprache dazwischen arbeitet. Ja. Und einer der größten Hits, wie zum Beispiel Bad Romance, da singt sie auch nicht Bad Romance, sondern Bad Romance. Ja. Also es ist so, aber es fällt in dem Kontext irgendwie nicht cool, irgendwie nicht auf, weil es cool vorgetragen ist. Also es gibt tatsächlich auch Beispiele, wo man das nicht mal merkt, wo man es erst merkt, wenn man es mal so mitliest oder selber singt und merkt, eigentlich ist das gar nicht richtig, ich hätte es anders gemacht so. Und da gibt es dann auch so Momente, wo ich im Studio manchmal denke, scheiß drauf, ob ich trau mich jetzt das und übergehe diese Regel oder ich mache jetzt mit Absicht auch mal keinen Reim, weil es fällt einem auch manchmal auf, viele, viele gute Songs und auch große Hits, die reimen sich gar nicht. Mhm. So. Und sie haben sich das einfach getraut und trotzdem ist der Text drin. Also dieses Reim dich oder ich erschieße dich, also da versuche ich mich auch manchmal von frei zu machen, aber ich versuche natürlich erst mal dafür zu sorgen, dass ein Song total gut funktioniert und dabei geht es mir gar nicht darum, dass er jetzt viel Kohle macht, dass ich sage, nur wenn der Song funktioniert, dann verdiene ich damit viel Geld, sondern ich möchte ja, dass der Song sich gut anfühlt und nicht jemand drüber stolpert und sagt, boah, das ist jetzt aber, also mein zehnjähriger Sohn würde sagen, cringe. Ja, interessant finde ich auch, du hast ja erwähnt, dass du an der SAE studiert hast, das heißt, da gibt es ja wirklich einen richtigen Background, musikalisch, weiß ich von dir zum Beispiel, dass mit dem Cello ja alles anfängt. Genau, kurz vor meinem dritten Geburtstag haben meine Eltern ein Weihnachtskonzert besucht mit einem klassischen Streichquartett oder so und ich saß bei meiner Mutter auf dem Schoß und vor uns saß der Cellist und der Erzählung meiner Mutter zufolge habe ich danach immer nach diesem Spielzeug verlangt. Und meine Schwester spielte bereits Geige, zu Hause standen Akustikgitarren rum, so hobbymäßig von meinen Eltern und ich habe dann alles, was so aussah wie Gitarre und Geige, immer genommen und so angefangen, so zu tun, als hätte ich ein Cello und mit fünf bin ich allen so auf die Nerven gegangen, dass ich dann endlich anfangen durfte, Cello zu spielen. Und so hat es angefangen und dann, wie das eben so ist, also Seiteninstrument, irgendwann greift man zur Gitarre und zum Bass und wenn man ein frei intoniertes Instrument wie Cello relativ früh spielen kann, wo man keine Bünde hat, dann ist eine Gitarre sehr einfach dagegen. Also jetzt no offense für alle Gitarristen, aber man ist schneller in der Thematik drin. Deshalb ging das dann autodidaktisch ganz gut und naja, erster Proberaum, erste Bands als Schüler, stand dann eben Schlagzeug rum, zu Hause ein Klavier. Das heißt, ich kann diese Instrumente alle so ein bisschen bedienen. Ich weiß, wie ich einen Ton rauskriege und dann bin ich glücklich und benutze sowieso Instrumente mehr als Tool. Also was so meine Superpower ist, ist immer so, es klingt immer so blöd, wenn man sagt, ich kann nichts richtig gut, aber ich kann vieles ein bisschen. Also ich bin so ein Generalist und dadurch, dass ich alles so ein bisschen weiß und das kombinieren kann, funktioniert das gut, aber ich kann nichts perfekt irgendwie und das war auch nie mein Ziel. Aber die meisten, mit denen ich rede, die im Studio arbeiten und die so etwas machen, quasi ein Bindeglied zwischen Songwriting und Producing, die erzählen alles, was ähnlich ist. Ergibt ja auch Sinn. Im Studio ist das total nützlich. Total. Und das macht auch tierisch Spaß. Und durch die technischen Möglichkeiten geht das halt auch gut. Also wenn ich jetzt auf der Bühne irgendwie ein kompliziertes Gitarren-Solo spielen muss, dann bin ich da auch irgendwie ziemlich lost, weil ich habe mich für Liedgitarre nie interessiert, weil ich habe mein Leben lang Cello gespielt. Das war immer so komplex, da war ich froh, wenn ich auf der Gitarre einfach nur ballern durfte. Also das war Rhythmus-Gitarre immer so mein Ding. Aber im Studio, ja, dann spiele ich halt irgendwie Takt für Takt da was ein und dann passt das schon. Und dann muss ich von der Band für die ich das mache, dann der Live-Gitarrist später selber kümmern, wie er es spielt. Da habe ich auch überhaupt kein schlechtes Gewissen. Also ich bin, ich arbeite gern ergebnisorientiert und egofrei. Deshalb umarme ich diese technischen Möglichkeiten, die es gibt, auch wenn jetzt andere, viele sicherlich sagen, äh, fake, untrue und du musst doch deinen Scheiß üben. Hey, ich schaffe gern viel, ich mache gern viele Sachen auf einmal und wenn ich dann nun mal ein Gitarren-Solo für eine Produktion in vier zweitaktigen Schnipseln einspiele, ähm, bin ich damit genauso glücklich, sogar noch glücklicher, als wenn ich jetzt einen halben Tag dafür üben muss. Fair enough. Es bietet ja einen automatischen Mehrraum für den eigentlichen schöpferischen Prozess ja auch, ne? Weil eigentlich, wenn das erstmal anfängt zu fließen, dann will man das ja gar nicht so unterbrechen mit irgendwie, das muss jetzt total perfekt eingespielt sein oder so. Man hat ja die Möglichkeiten, der Rahmen ist ja gegeben. Genau, es gibt halt Musikrichtungen, da funktioniert das nicht. Wenn man jetzt natürlich eine Jazzband hat, die im Studio irgendwie live alle in einem Raum einspielen, da funktioniert das nicht. Da kann ich natürlich nicht den Drummer später quantisieren und die anderen gucken. Klar. Also die anderen klingen dann noch untighter, ne? Ähm, so, und es sind auch manchmal so Sachen, wo man natürlich nicht korrigieren kann. Also wenn wir jetzt über Vocal Tuning zum Beispiel reden, natürlich ist es wichtig, dass das, was vor dem Mikrofon passiert, eine gute Qualität hat, aber ab einem bestimmten Level zwischen es ist gut bis zur absoluten hundertprozentigen On-Grid-Perfektion, bis man das erreicht, so Pareto-Prinzip, ja, da brauchst du natürlich nochmal fünfmal so lange wie vorher und dann verlierst du aber das Feeling. Deshalb, ähm, hole ich die letzten Zentimeter wirklich immer gerne mit der Technik raus, weil dann der Musiker eben auch noch das Feeling hat. Ja. Und, ähm, aber natürlich, das, was vor dem Mikrofon passiert, es muss eine bestimmte Basis da sein. Also wenn Scheiße passiert, dann ist es halt Scheiße. Und ich hatte ein Gespräch mal mit Jakob Hellner, dem Rammstein-Produzenten, der dann auch sagte so, hey, alle fragen mich immer so nach dem, dem, dem Rammstein-Sound und wie ich dies und dies und jenes mache. Und dann sagt er immer so, man darf nicht vergessen, die wahre Magie, die passiert aber vor dem Mikrofon. Ich bin dafür nicht verantwortlich. Ich muss nur im richtigen Moment das Foto machen, so quasi. Geil. Und, ähm, klar. Deshalb, ich, es gibt quasi für mich immer so dieses, dieses Gebrauchslevel, so, ab wo ich sage, okay, alles klar, das ist produktionskompatibel. Sobald es darüber ist, gehe ich die letzten Meter gerne mit Hilfe der Technik um nicht mich selber oder auch die Musiker ja einfach zu, wie sagt man so schön, also es, die sind dann einfach durch. Ja, also du hast dann einfach auch so einen Verschliff, schaffst einen Song am Tag Gesang oder so, hat der Sänger am nächsten Tag schon keinen Bock mehr. Ja. Und dann kommt ja auch noch hinzu, dass letztendlich, wenn man es mal genau nimmt, ist das wichtig, ist ja eigentlich das Gefühl sowieso. Ja. Das wirst du bestimmt ja auch ganz häufig haben, dass so die ersten Aufnahmen einfach so ein Feeling haben, wie man es gar nicht mehr so richtig rekonstruieren kann. Und selbst, wenn man das dann vielleicht irgendwie noch tighter oder so hätte spielen können, man sagt einfach dann oftmals, wow, das ist jetzt das, das transportiert das so am besten. Das ist das Ding, das sage ich auch jedem Sänger. Ja, ich sage immer, ein Halbton zu tief oder zu hoch, das kann ich pitchen, aber ich kann nicht korrigieren, ich habe kein Plugin für dein Gefühl. Ja. Deshalb versuche ich tatsächlich innerhalb der ersten zehn Takes das zu behalten und das ist auch der Grund, warum ich hier direkt vor mir auf dem Tisch für eigene Ideen schon durch eine richtig gute Wuckelaufnahmekette ein viel zu teures U67 stehen habe, weil ich dann selbst eine Demo-Idee hinterher schon benutzen kann, weil es die gleiche Kette wäre. die ich später benutze, wenn ich mich oder auch jemand anders richtig aufnehme. Ich versuche tatsächlich inzwischen gar nicht mehr so zu unterscheiden zwischen Demo und Produktion. Es ist für mich inzwischen ein fließenderer Prozess, gerade bei eigenen Sachen und es gab jetzt zum Beispiel einen Song für ein kommendes Lord of Lost Album, was irgendwann kommt, weiß ich noch nicht, wo wir aber gerade in der Produktion sind und den habe ich mit Eike geschrieben, der hier in zwei Scheiben weiter sitzt, der winkt gerade und da hört man sogar zwischen den Takes, das habe ich natürlich rausgeschnitten, aber da, wo ich atme, hört man ihn hier zur Tür reinkommen, weil wir haben jetzt letztendlich für das Album den Demo-Take benutzt, weil ich habe gesessen beim finalen Gesang, ich habe dieses Feeling nicht mehr hinbekommen. Ja, der Ton war gerade drauf und keine Ahnung, natürlich stimmte alles, war professioneller, ich habe mir nochmal auf Mikroabstand geachtet, Absorber aufgebaut und so, aber das Feeling war nicht da. Und ich weiß nicht, ob es so eine Urban Music Myth ist oder ob es stimmt, aber soweit ich das gelesen habe, ist zum Beispiel bei Feel von Robbie Williams auch der Gesang die Demo-Vocals.